Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 days to die mit der Hinschitz-Crew und der liebe Minias ist da und der herzallerliebste Fleischhammer und der noch viel liebere Wodan. Ja, das ist total der Hammer, gell? Minias ist da. Minias, naja, du bist schon. Hallo, wir sind nicht verheiratet, du kannst liebe Worte von mir jeden Tag haben. Aber der Wodan und der Fleischi halt immer nur am Sonntag. Und sonst schimpfst du an. Ja. Schimpfst du an? Was ist denn heute los, Minias? Ja, wie immer. Ich kenne gerne mehr Leder, Wodan, wir müssen Leder holen. Ja, du siehst aus wie Shredder. Shredder! Von den Ninja Turtles. Ich bin Shredder. Weißt du, beim, äh, ne, ich weiß nicht, das war jemand anderes. Hä? Ihr hattet doch immer so ne bestimmte Art irgendwas zu sagen. Aloha. Okay, ich rede nicht mehr mit Minias. Wer hat mir das eigentlich, also ich hab doch gesagt, ich rede nicht mehr mit Minias. Warum zum Teufel? Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt nach Hause, oder? Nee! Gehen wir in die Stadt? Ich muss nach, ne? Ja? Richtung Westen hab ich was markiert. Ja, ich komm hier hinterher, Wodan. Wodan hat immer einen Plan. Ah ja. Wenn der Minias sagt, geht in die Stadt? Nö. Und jemand hat doch gerade hier... Ah, einmal. Ich muss aber erstmal Fleisch zuhause abbringen, äh, abgeben, glaub ich. Echt mal? Ja, ich hab stinkende Fleisch bei. Warte, nimm ein Bier. Hier. Warte mal, willst du auch, ich kann ja Scrap Boots machen. Ja, ich hab hier ein Bier für dich. Und Scrap Helmet, willst du ihn haben? Ein Bier. Ein Bier ist gut. Dann schmeißt du ihn verdammt. Das muss ich ja machen erstmal. Muss ich erstmal machen. Mach mal was. Mach mal was. Na Arsch, Ruhe. Komm mal was hier um. Was ist denn los? Komm. Bierchen. Da kann ich immer wundervoll rennen. Warte mal ruckeln total. Was? Was ruckelt? Oh, hier ist ein Stück... Ein Stück Leder! Wie soll ich zurückkommen wegen Leder? Meine Knarre ist kaputt. So ne Kacke. Das ist ja... ärgerlich. Hier sind zwei Stück Leder. Nice. Eins. Und... Yes. Und... Ja, warum hab ich überhaupt ne Bandage am Bein? Weil ich es schick finde. Ja. Das kann man heute tragen. Das kann man tragen. Für ne Wand, ne? Ich glaub ja immer noch, dass es mit dem Reifen zu schlagen eine Lüge ist. Ne, das klappt. Ich hab doch schon den Reifen so eingesammelt. Echt? Boah, wo will denn das Vieh hin? Es ist tot. Es ist tot. Ich hab noch einen. Äh, kann ich... Kein Öl gefunden. Wodern hast du zufällig Öl gefunden? Öl haben wir hier ein bisschen. Ja, zweimal hab ich Öl dabei. So. Da hab ich's beinahe verstaucht. Wird doch langsam unsere Hütte. Ja, irgendeine Mutter an der Hütte bauen. Die heißt die Wittler. Bettina Wittler. Tina Wittler, genau. Schmeißt du Öl bitte auf den Boden? Ganz dick bin ich zum Glück nicht, aber ne? Passt schon. Also Leute. Bringt mir Materialien. Ich komm zurück, ich schau dir jetzt. Irgendeiner muss ja an der Hütte bauen. Was? Hat dir noch was hingelegt. Weapon Repair Kids muss man auch lernen? Oh, nice. Fuck you, man. Echt jetzt? Ja. Jetzt darf ich alles lernen. Wir gehen nach Hause. Außer die Forge. Die musst du jetzt nicht mehr lernen. Ja. Alles deine Schuld, Reh. Komm her, ich verbrenne dich. Aua. Vielleicht hätte er weh tun können. Im Laufen kriegt er ihn. Oh. Ich hab einen Fehler gehabt. Was für einen Fehler? So eine Konsole aufgehören? Ja. Stand da? Du bist nicht durstig. Objekt Revenant is not distant of an Objekt. Nein! Komm zurück! You fucking fuck. Wo dann? Geh wieder nach Hause. Oh. Ja. Im Hause. Mein Bier ist jetzt auch schon verflogen. Das ging ja schnell. Ich hab noch Bier. Hier kommt aber auch. Dieser Berg. Leckt mich am Arsch. Dieser Berg. Geht doch nach Hause. Wird kein leichter sein. Ähm. Was wollte ich sagen? Wiss ich nicht. Kann einer von euch ein Weapon repacken? Das wollte ich sagen. Du wirst nie erfahren. Fuck you. Nee. Du bist echt. Kann ich nicht. Dafür schieß ich auf den Bär. Oh. Ich hab nicht getroffen. Das ist gut. Hahaha. Hahaha. Oh. Jetzt wird schöneres Wetter. Guck mal. Die Wolknecke bricht auf. Bei mir nicht. Äh. Um 80 Uhr. Dann geht dafür die Sonne unter. Hahaha. Hahaha. Also ich finde diesen neuen Landschaftsgenerator echt hübsch. Muss ich jetzt mal so sagen. Wenn man überlegt, wie sich das Spiel entwickelt hat. Weißt du noch, als das Spiel noch kantig war? Ja. Als die Umgebung berghoch. Wo man diese Blöcke hochspringen musste, ne? Ja. Wo man diese Blöcke hochspringen musste. Und dann hat man immer mal so leicht abgerundete Blöcke. Ich fahr noch ein Bier rein. Und dann frag ich mich, wenn ich mein Bein klippe. Hahaha. Man merkt die Schmerzen müssen jetzt, oder? Ja. Ich hab auch noch einen Toiletten dabei. Ja. Ach. Eins. Die Party stirbt, wow. Ah. Ah. Ina. Ah. Ah. Und dann haut sie den Baum um und dann sagt er so, ja Minya's wär jetzt tot gewesen. Definitiv. Fand ich gut. Jetzt kann nichts mehr passieren, die Bomben sind ja Safety. Der Minya ist sicher gemacht worden. Ist das so? Ah, ich weiß. Ja, du wirst zumindest... Leute, ich kann einen Oga bauen, einen Oga, einen Singster, einen Bohrer. Geil, ich glaub, wir haben alles dafür. Nee, kann ich nicht. Ah, wo hast du mir das Rezept gegeben? Das war im Stream, ne? Hä? Ist drauf vorbei, Loh? Was? Wir alle durcheinander sind. Was denn jetzt? Was ist das mir nicht? Hä? Ja, ich hab irgendwo, hab ich von irgendjemandem das Rezept für den Bohrer gekriegt. Das war leider nicht dem LP. Verdammt. Ich hab mich schon gefreut. Was hast du denn gefunden, dass du dachtest... Wir haben jetzt alle Parts für den Bohrer da. Ah. Und ich hab gedacht, ich könnte den jetzt bauen. Ja, schade. Mann, ey, komm hier nicht. Wo ist denn jetzt jeder Eingang? Hier unten. Baum fällt. Echt, ja. Mann, ey. Sollen wir die Bäume um die Basis lassen? Ja, vielleicht, dann findet man die leichter. Ja. Ich hab ne Markierung gesetzt einfach, aber... Irgendjemand hackt hier aber schon Bäume. Ja. Ich sag grad, lassen und wo dann hackt sie weg? Das ist schon zum dritten Mal, dass ich neue pflanze. Du merkst es nicht mal. Ach so. Aber sie stehen schön dicht. Ich mein, keine auf Zombies Bull. Du merkst eh nisch mehr. Nö. Geil. Nicht nach Hause gestorben diesmal. Warte mal. Gelaufen. Ich hab die Beine schon angeknackt. Das könnte... Kann man sich in der Hockey sprinten? Ist das nicht sicher? Nee, das gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja, wenn wir jetzt einen Bohrer... Ah, ne, wir haben ja keinen Bohrer. Der hat keinen Bohrer. Davon mal abgesehen ist der Bohrer extremst laut. Das heißt, du ziehst da mit Zombies an ohne Ende. Wenn wir jetzt Party... Wir hatten ja bis jetzt keine. Oh, Steilwand fahren hier an die Wand hoch. Siehst aus wie ein Ritter. Ja, mein Freund. Ich bin es. Tö, Lanzelot. Ritter der Tafelrunde. Schammerus. Wow. Wow, wow, wow. Schöne Ding. Wahnsinn. Währendippity. Krassisch. Wenn ihr da seid, könnt ihr mal bitte eure Betten hier... Was? Um die Schlafsäcke rumgebaut. Weißt du, wie so ein... Wenn du eine Straßenwalze irgendwie... Ja, was soll ich denn machen? Wenn ich sie weggenommen hätte, dann wäre der... Ja, ich hab ihn weggenommen. Ja, wenn ich sie weggenommen hätte, dann wäre der ja nicht hier gespawnt. Wäre der gestorben. Also... Wo darf ich denn? Hier vorne, ne? Wenn du dich müllen willst, dann müll dich hier irgendeine Kiste. Ich würde hier sein. Und ich hab angefangen, hier die Ritze des Todes zuzubauen. Warum? Lass mir jetzt ein... Mach Fenster rein, oder? Ja, ja. Ich mach Fenster rein, dass wir gucken können, ob es regnet oder so. Aber grundsätzlich hab ich die andere... Was denn? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Nein, ich werd's nicht tun. Nein. Nee, niemand hat nein. Ich muss sich die Ritze springen. Ach, wix. Kann man doch mal machen. Munition lege ich übrigens direkt zu den... Sofern ich weiß, zu was die Munition gehört, lege ich sie zu den Teilen, zu den Sachen Teilen. So, hat jemand von euch noch Heid? Nee, Leather. Ich hab 26 Heid. Aber Leather kann ich keinen machen. Hier, ich geb euch die Heid und mach damit, was ihr wollt. Injas, würdest du daraus Leather für mich machen? Hast du eh gedrückt? Ja, hab ich. Ja. Herzlichen Dank, Injas. Komm gleich. Hier, was grau ist, kann ich doch scrapen, oder? Wenn wir gelb und gila haben. Ja, 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 mach, mach. Hä? Hä? Was denn? Und nicht mehr hochspringen und... Man kann nicht mehr springen und... Oder liegt es an meinem Bein oben? Ja. Sicherheit, oder? Wie geht's denn ab und zu mal und ab und zu mal? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ja! Puh, wieder nach unten. Okay, es geht nicht. Boah, hier bist du bekloppt. Die Breast, Injas... Oh, nee, was machst du da? Musst du nicht machen, ne? Hallo? Sören Sie bitte? Ey, die schönen Fenster! Warum? Ey, geh... Warte, das ist hässlich. Geh weg. Ich war... Mann, Injas, echt! Äp! Alter! Hm, ich hab Leder. Mach ich mir das mal schön Lederklamotten aus. Ich hab hier Fleisch. Ihr geht hier hin. Hier. So. Hier ist was los, ne? Injas! Injas! Guck mir mal, bitte. Was denn? Kann ich so'n Arsch immer? Was soll ich denn hier geben? Mein Leder. Ja, hab ich noch nicht. Ist noch nicht fertig. Wie, ist noch nicht fertig? Lange dauert es denn? Bis es fertig ist. Wo willst du denn hin? Du gehst aber wo hin, hä? Wenjas? Ja, bitte. Wenjas? Jetzt Nacht. Ich bin an die Kekse. Wolltest du mich nicht hauen? Ja. Ah! Das dauert noch. Der ist noch am Craften's. Das klappt ja irgendwie nicht. Ich nehm mir gleich ne Fackel und steck die in Brand. Oder hab du Scheiße? Wenn man sich auf anderes verlässt, dann ist man verlassen. Dann hoffst du nicht. Siehste? Das ist ein Arsch. Wenn ich Fenster haben will. Ja, aber dann hier geht lieber Materialien sammeln. Ich baue hier rum. Wir haben 222. Ja, das ist mir gleich. Das kann ich auch nicht. Ja, eben. Richtig. Geh mal in den Gang und mach da die Tür hin, die zweite. Das ist die mit Bacon and Eggs. Oder hier, guck mal, ich geb dir Beschäftigung. Du kannst hier das Loch weiter bohren. Ähm, wo denn? Das ist ein Kildenfenster. Das ist eine heilige Stätte. Das darfst du nicht zerstören. Ich merk dir, was zerstören kann und auch nicht. Ähm, habt ihr mir Holz mitgebracht? Ja. Du bist voll gemein. Du zerstörst alles, was ich liebe. Ja, genau. Alles, was du liebst, zerstöre ich. Aber so. Du hast doch einen Ehevertrag. Dein Leder ist fertig. Aber wenn du die nicht zerstörst, dann siehst du ja nicht, ob es regnet. Die sind so schmutzig, die Fenster. 56, Alter. Also, wenn ihr wollt, kann ich euch Scrap-Sachen machen. Ja, hätte ich gerne. Du nicht. Hier ist noch Scrap. Ja? Ich hab übrigens Mais in die Kisten gelegt, dann könnt ihr ähm... Also, ich find die neue Farbgebung nicht schlecht. Ich mag dieses Grau nicht. Ich hab jetzt graues Wetter und am Abend noch graue Bilder. Also irgendwie... Ähm... Oder? Ja. Du willst bestimmt auch Scrap-Sachen haben, oder? Na klar. Wenn, Rippit, hast du noch Scrap irgendwo? Ähm, warte. Eins hab ich. Rück mal E. Schöner Wohnen mit Serendipity. Naja, hallo, irgendjemand muss ja bauen. Und im Zweifelsfall bin ich das. Was ich gefährlich finde, sind die Kisten, die unten stehen. Im Boden. Warum? Wenn hier wirklich mal die Zombies reinrennen sollten. Was sie nicht tun. Ich wollt grad sagen, wie sollen die denn hier reinkommen? Und davon mal abgesehen, der Plan ist, dass wir hier noch eine zweite Etage reinbauen. Und von daher... Na, warum machst du die jetzt? Ja, genau. So ist gut. Ja, mit wo man was sieht. So ist recht. Und da oben auch noch. Und da oben... Scheiße. Komm ich nicht ran. Kann man eigentlich Sachen... Waffen unloaden? Wenn du es auseinander nimmst, oder? Tja, ist die Frage, oder? Ich mein, wenn du es auseinander nimmst. Ich hab nämlich auch noch Waffen-Teile. Wo ist denn hier... Die sind alle zu. Okay. Ah, warte, ich mach sie auf. Entschuldigung. Nö, das war schon. Gibt wo was? Ach, hier gibt's noch Spree. Ich hab... In eine der Kisten hab ich Maisbrot gelegt. Kartoffeln kann ich ja noch nicht. Geht auf den Bauch. So. Ja, also ich mein, ohne anständige Bücher sind wir ja aufgeschmissen gemacht. Ja. Ja, deswegen müssen wir gleich wieder rausgehen in der nächste Runde. Deswegen müssen wir gleich wieder in die Stadt. Nee, in die zentrale Stadt. Gut. Hast du, hast du ne Waffe? Ich bin ne Waffe. Danke, Rudan. Das ist was, das Geräusch, das ich jetzt hören wollte. Okay. So, schade. Rudan macht nicht mehr mit, weißt du? Kannst du mal was für mich machen? Kinias. Ja, bitte. Kannst du mal in meine Shotgun und diese hier, diese Barrel einbauen? Bitte. Ich hab auch noch ne ordnen Receiver, gell? Nee, der ist nicht, der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Ich muss jetzt mal Pfeile fertig grutten. Da wird noch ein kleiner Unglück. Guck mal, ich spät da fertig. So, was willst du haben? Äh, die Waffe, den, äh... Den Barrel. Den Fine gegen den Pur. Äh, gar nicht. Hast du nur Taschenlampe? Nee, hast du nicht, gell? Nee. Okay. Hier, ich hab noch ein, ein Chest Armor für dich. Moment, ich darf's jetzt erstmal wieder zusammen. So, jetzt liegt die Waffe auf dem Boden. So, was gehörte? Die 10 Millimeter? Ähm, ist nicht mehr bei mir. Chest Armor. Ich hab hier noch was hingelegt. Das ist die Frau und nimmt das immer ganz her doch. Wo ist ein Shotgun-Schalz? Ich hab nix. 10 Millimeter Munition zu... Ach doch, ich hab was. Die Brust hab ich eingesammelt. Entschuldigung. Aha. Ähm, ich lass dich fallen. 10 Millimeter Munition zu was gehörten die. SMG, oder? Ja. Aber wir haben doch hier Shotgun, Barrel... Ich hab die Brust schon wieder eingesammelt. Wem gehörten die? Minjas. Gib mal Minjas seine Brust. Gib mal Minjas die Brust. Gib mir mal die Brust, Frau. Ich hab schon. Drück E. Ist sie nur grau? Das ist ja blöd. Jetzt scrub ich jetzt. Ja, mach. Ist mir so ladde. Mach mal hier nochmal. Mit der Munition hab ich übrigens, Flagi. Ja. Die ist ja aus der Waffe rausgekommen. Ach so. Hier, halt noch was für dich, Minjas. Schlauze zeigt dir jetzt schon gegeben, wa? Scrap Hand nochmal. Wie sieht der denn jetzt mittlerweile aus? Oh yeah. Wo ist denn die Farbe hin, Mann? Das Spiel hat keine Farbe mehr. Ja, das ist ja das, was ich eben die ganze Zeit sage. Das ist echt doof. Ich hab die nochmal hinten geworfen. Wo hast du jetzt alles, äh, unscrap? Aber ich find mein Cowboy heute aber schöner fast. Aber gut. Mir egal. Mach, mach was du willst. Jetzt hab ich. Jetzt, wo dann? Boots hat er schon. Wieso ich denn zuerst das guten Stuff? Das lohnt sich doch gar nicht. Die Hose hast du in Iron, ne? Ja, die hab ich gefunden. Okay. Ach, du kannst keine Brille mehr aufziehen, wenn du den Helm auf hast. Nee. Also Hose nicht. Dafür aber Globs und Helm und Chesson. Ich fand wieder viel stylischer mit dem... Wenn du jetzt anfängst zu meckern. Ach, die Hose brauchst du ja auch noch, seh, gerade. Ja, er hat so ne Stoffhose, ne? Ich frag ihn noch, aber... Was bitte? Ne Hose. Ginias? Äh, Quatsch, wo dann? Sammeln wir mal auf. Stimmt. Close Leg Armour. Ja, hast recht. Chest Armour. Ich brauch noch mehr Scrap Iron. Scrap Iron. Ah. Hab ich nicht im Angebot. Das ist schade. Unterwegs, Mann. Würde ich dir auch für Serendipity machen wollen. Brauch ich ja nur, ich bin ja nur hier. Hier sind sechs Cooking Pops, davon werde ich mal fünf einfach verwandeln. Ich kümmere mich um, ähm, den Ausbau der Hütte. Hm, hm. Ich habe übrigens 49 Holz. Ja. Kannst du mir geben. Ah, wo bist du? Da bist du. Danke. So. Chest. Hier. Roland. Hier. Licht. Machen wir mal leck. Scrap Metal? Scrap Metal? Scrap Metal? Äh. Ähm. Du bist fertig jetzt. Shit. Bitte nur nach Minjas die Hose. Den haben wir. Alle außer. Bronsieren Tipe T. So, Hose wie ich Minjas. Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn Lett und so weiter? Lett ist, äh. Habe ich immer verarbeitet. Oh Gott, jetzt sind wir alle ausgeritter. Ah. Schade. Richtig. Wind ist dabei, Stein ist dabei. Die Büchse, die werde ich später verbrauchen, ja. Wir müssen mal Material besorgen. Also ich würde mich dann in der nächsten Folge um, 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 um Eisen und so weiter kümmern. Wir brauchen endlich Material und ich suche nochmal nach Höhlen. Dann müssen wir Kaffee mitnehmen. Jetzt aber haben die den Mininghelm stärker gemacht? Wieso bist du damit gerade durch die Wand gerannt? Nee, nee, nee. Hier, guck dir mal Serdipity an. Die hat nämlich einen Mininghelm auf und der leuchtet doch. Serdipity? Ja. Guck mal, wenn sie in die Ecke leuchtet, siehst du das, was das für Lichtstrahl macht? Ja, ja. Dann dicken wir die, drück mal E. Dankeschön. Ich mach noch was dann. Oh, Juhu, wir sind bei einer 21 Minuten Crafting-Folge. Ja. Nicht mehr zu haschschlagen. Mehr hab ich noch nicht länger gemacht. Ja, wir sind schon relativ weit. 22 Minuten. Und wir wollen nicht noch weiterkommen, 4 Uhr ist klar. Gleich legen wir los. In der nächsten Folge geht's los. Was machst du, wirst du das geben? Der hat mich denn da gehauen. Dann wär wohl. Blö. Warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hab mir noch was für dich, Minas. Äh, Serdipity? Nein. Achso. Danke. Ja, liegt. Was war denn das? Nimm, es liegt am Boden. Achso. So, danke. Braucht' ich ne Pickaxe. Haben wir noch irgendwie Eisen? Hat jemand ne Pickaxe, die immer leihen kann? Oh ja, ne Pickaxe, oh ja, ne Pickaxe. Oh ja, ne Pickaxe, oh ja, ne. Ähm, hier, ich kann euch Eisen geben. Drückt mal E. Habeck. Warte kurz, mach mal ne Pickaxe. Welches Level hast du Fleisch? Warte mal, warte mal. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Zwölf, Habeck. Zwölf, okay. Dann geht's. Kannst du mir vielleicht dann nochmal zwei von diesen Barren geben, damit ich mir noch ein paar Strips zum... Ne, brauche ich nicht, wie gewiss. Ich habe noch ein paar Rohre in der Tasche. So. Kann noch jemand von euch mal kurz gucken, ob wir hier ein Wappen-Bip-Pack-Kids haben? Also ich kann's nicht. Soll ich euch noch Kaffee geben, wenn ihr jetzt geht? Oh, ich bin sehr gesund. Äh, nimmst du nochmal die auf hier? So, zwei Kaffee? Moment. Ja, ich kann's, ich kann's herstellen. Shit. So, und, ähm, Jack, du hast, glaube ich, da noch was eingesammelt, was du mir hingeschmissen hast. Ja, genau. Okay, danke. Ich hab hier zwei Kaffee. Ich ritt da der Tafelrunde. Achso, ich sag ja, Minas war ja ne... 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 Gut, wir sind aber am Ende eine Folge. Ah ja, genau. Ist aber mal gut. So, dann soll ich dir zwei Kaffee geben? Morgen geht's ja weiter mit der nächsten Folge, dann machen wir auch. sinnvolle Dinge, außer Grau und Ritterrüstung zu schmieden. Hier, Jack. Jack, Jack, Jack. Will jemand abmonerieren? Mach ich das. Ähm, ja, Moment. Jack, wo dann? Leg dir bitte nochmal eure Betten hier hoch. Meins liegt doch, oder? Ne, hier oben hin. Das liegt, glaube ich, unten. Ne, meins liegt doch hier. Okay, alles klar. So, Hammer. Ja, wir sind, äh, soweit, ne? Also... Okay, dann mach ich halt. Seine Lippe schläft noch. Ach, wieso? Hab ich an der Rede? Okay, alles klar, ihr Lieben. Ihr wisst, was jetzt zu tun hat. Abo bei Jack und mir da lassen. Ähm, wo dann nehmt ihr leider nicht mit auf. Ähm, aber vielleicht, ne, bald. Wir haben gar keine Codewörter gemacht. Doch, wir nehmen heute schöner Wohnen. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.